Wann waren wir hier noch nicht? Doch, da waren wir doch, da sind wir hergekommen. Was? Morgen Jungs und Mädels. Heute spielen wir die ganz neue Version. Ein Update, ein kleines. Die 091. Mit Intro. Gucken wir mal, vielleicht ist was. Nein, ist nicht. Changedog steht Minor graphical improvements to the menus. Haben wir jetzt eigentlich nicht gesehen. Refining the gas mask in 914 works again. Das hat jetzt mal nicht funktioniert. Dass man die Gasmaske besser machen konnte. Das hatte übrigens keinen Effekt. Dann, the hazmat suit now protects from decontamination gas. Dieser Schutzanzug, der bei SCP 12. Der Virus? Ja, der Virus auf jeden Fall. Der scheint uns jetzt vor Gas zu schützen. Bugged checkpoint rooms that lead out of the map wurden gefixt. Wahrscheinlich diese Tür, die einfach ins schwarze nichts geführt haben. Mhm. Schauen wir mal. Dann SP 079, broadcast actual feed from 895's chamber, not the hallucinations. Also jetzt sieht man auf diesen Überwachung Kameras das Bild von dem Sarg anstelle. Live Streaming. Live Screen. SCP 500 Loading Screen and More Canon. Was More Canon? Was heißt More Canon? Was heißt More Canon? Was heißt More Canon? SCP 500 01. Das ist ein Loading Screen gibt's jetzt. Okay. MTF Loading Screen gibt's. Mein Gott, was heißt der? Der hat sich verlaufen? Und der Map Creator crash nicht mehr bei SCP 35. Ich hab jetzt mal auch ein Video gesehen von Marvipan. Der hat erstmals SCP Contained Bitch gespielt und zwar genau diese Version. Die schien bei ihm ziemlich verbuggt zu sein. Also der wurde nicht immer dann von SCP-173 getötet, wenn es hätte passieren sollen. Zum Beispiel am Anfang in diesem Raum mit diesen Batterien und so, wo es die gibt, da steht der SCP-173 unten in diesem Raum drin. Und bei ihm stand er direkt vor der Tür und die Tür war offen, der ist einfach vorbeigelaufen. Und so finde ich, ich hab nichts gemacht. Oder später in diesem Raum, wo es den T-Card gibt, wo das SCP hinter der Glaswand steht. Da hat er sich dann einfach umgedreht und wollte rausgehen und war nur rufen zum SCP. Er ist einfach hinter der Glaswand stehen geblieben, um schnell rauszukommen. Er hat gecheatet. Genau, so tote Kadaver. Hat er heraus gemacht? Wie der Kerl, der jetzt aus der Decke fällt. Was ist da passiert? Ne? Der ist bei dem irgendwie auch aufgestanden und einfach so gegen die Wand gelaufen. In der Lauf. Bin ich mal gespannt. Ich geh mal wieder gerade aus. Das ist ein Einzelfall. Und die Framerate wurde ja immer noch nicht gefixt. Wir spielen das Spiel hier immer noch mit 24FPS. Save. Ja, vorher ging es mit 60. Wir werden es überleben. Dann mischt er das schon mal ein bisschen. Die GPU aus Raskin 7%. Besser der Potenzial. Wieso lockst du den jetzt raus? Weiß ich nicht. Ich hab mal bei dem Luft auf Wechselung und Wind. Gleich mal ein bisschen abschlafen. Er fährt schon leicht runter. Das ist wieder zugemacht. Ach, da war. Da war. Da war. Ja. Alter, pass mal auf. Da wird zumindest die mal. Müssen wir mal gucken. Geh mal irgendwo hin. Wenn wir später zurückgehen. Dann bleiben wir still. Oh. Geräusche. Ja. Der tut jetzt auch mit dem kollidieren, ne? Wie was? Ja schon. Achso, du kannst nicht drüber laufen, oder? Ja, vorher war das anders. Ja, weiß ich jetzt nicht. Hab ich nicht drauf geachtet. Na, ein bisschen weiter ist. Ah, da ist der Hausmeister. Aber da ist nicht wirklich hergelaufen. Ja, von da. Und dann wurde er halt so runter gezogen. Oh. What the fuck? Kommt der jetzt? Der kommt doch. Boah! Das war jetzt... Ein bisschen für den Arm. Wahrscheinlich darfst du nicht in den Raum reingehen. Ja. Das ist so wie, wo der so durchläuft. Wo du zuerst eine Finte machst. Aber wenn du in den Raum drin wirst, dann kommt er. Na gut, dass ich es jetzt gemacht habe. Weil dann wissen wir, dass wir es nicht machen dürfen. Also Graphical Improvement zu dem Menu. Na ja. Hier so Blut? Oder war es schon da? Wo ist er nicht? Naja, nix nennenswertes. Keine Intro? Ja. Das schaut irgendwie speziell aus. Ne, kann ich nicht. Könnte ich nicht. Doch, das hat eine Bedeutung. Der Mobile Task Force. Small Teams 10-20. Intensively Trained Task Force. Willst du eine Frage vorlesen? Oh, jetzt sind wir aber eigentlich spät dran. Ja, dann. Na, schauen wir. Hier. Yuka wollte wissen, was haltet ihr von Anime, Manga, was haltet ihr von Hentai? Hentai. Du bist auch der Spezialist für diese Frage. Ja, Anunu und Manga lieb ich. Das hab ich gleich aber. Vom Hentai. Vom Hentai halt auch mit. Manches ist ganz so abgedreht einfach. Das ist... So wie... Anus hat eigentlich keine Story und läuft immer aufs selbe drauf. Genau. Oh. Nein. Das bin jetzt auch nicht so da angewiesen. Aber so veranzerte Sachen wie Elfenlead finde ich schon ziemlich gut. Elfenlead hab ich nicht geschaut. Da fand ich die erste Folge zu brutal. Ja, was ich cool finde. Death Note, weißt du ja. Hm. Ja, ist mir schlecht, aber Elfenlead gefällt mir besser. Boah. Boah. Was war jetzt? Deine Blickanzeige, glaub ich. Heute wird es nix, glaub ich. Oder Dias fand ich auch schön. Aber würde ich jetzt auch nicht nochmal angucken, unbedingt. Ja. Aber sowas, wo halt so ein bisschen Romantik drin ist, das... Finde ich eigentlich schön bei Animes. Ihr könnt mal schreiben, was ihr für Animes guckt. Das würde mich mal interessieren. Dann guck ich die auch an. Hast du sonst kein Leben? Das ist jetzt halt, kannst du es ja machen, ne? Boah. So wie du den ganzen Tag Battlefield spielen, gell? Ne, das stimmt gar nicht. Ich bin erst Level 50. Das sagt mir jetzt vor allem, ne? Da gibt's Spieler, die hatten am dritten Tag schon Level 30. Und jetzt gibt's die No-Life-Faggots mit Level 100 und so. Boah. Ich hoffe das kann unser Zuschauer dabei. Was? Alter, spiel halt mal g'scheit jetzt. Was ist da kaputt, ey? Du bist kaputt. Mach jetzt. Mach jetzt g'scheit. Was? Die Klappe. Zehn Minuten. 0.91 ist... Schuld, ja. Was? 0.91? Version 0.91 ist... Ach so. Ist schuld. Ist bei dir aber öfter der Fall, wenn du spielst damit. Was konnte ich jetzt... Was konnte ich jetzt hier dafür, dass ich gestorben bin? Ja, das weiß ich doch nicht. Du weißt nie was. Bin ich für dein Handeln verantwortlich oder was? Nein, aber du... Beschuldigst mich... Hast du keinen eigenen Willen. Nein, du beschuldigst mich zu Unrecht. Ich bin wühlenloser Mensch. 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 Wie tonne der da raus? Reise? Ja. Ich bin wühlenloser Mensch. Du bist auch zu mir und der kann Tür auch machen. Der kann auch Tür auch machen. Geh nach rechts. Ja. Ich habe Angst. Ich krabbe aus. Ja. Ah, die Shot trotzdem ist da jetzt. Ah, der Bomber. Ja, die Shot trotzdem ist. Da musst du noch eh hin. Ja, dann kannst du jetzt. Steht's wieder. Beep. Ich sehe. Ist der da drin? Ich spiel's gar nicht hin. Ich hab, du hattest ja die Idee, so jedes zehnte Gameplay mit Safe zu spielen. Ja. Können wir auch machen, oder? Ja, du kannst es machen. Ich speicher jetzt auch mal, weil es eine neue Version ist. Jetzt schauen wir uns mal, was du vermisst. Ich halte nichts von speichern. Gehen wir da. Oh, dieses Geräusch. Jetzt kratzt ein bisschen. Krieg dich. Los. Ja, geh mal weiter jetzt. Vielleicht steht der ja wieder auf, wenn du später in dem Raum zurückkommst. Oh, oh. Ist auch nicht. Oh, das ist da drin. Ja, gern natürlich. Schau, was da ist. Mal gucken. Hilfe, was geht jetzt ab? Das war das Event, glaub ich. War das das Event? Ja, das glaube ich. Ihhh. Ist ja eklig. Was ist denn geworden? Ja, weiter. Gesplitcht hat es. Gesplitcht. Nochmal. Jawohl. Plötzlich hat sich der Raum gedreht. Ja, ne? Hat sich gedreht. Ach, das war das wahrscheinlich, wo es gesplitcht hat. Ich wusste doch, dass es mir Spanisch vorkommt. Das finde ich jetzt auch gut, dass der Schauplatz an der Wand ist. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert. Ja gut, weil man sich jetzt so rum fühlt hat. Ja, jetzt geh mal rein. Ich glaub da drin. Lauf mal rein. Der ist weg. Bei MaviPen in der Episode waren ziemlich viele Glitches auf jeden Fall. Da scheinen wir wieder mal ziemlich befreit davon zu sein. Vielleicht hat beim 09 Update auch einer bei uns in die Kommentare geschrieben, dass die Version eigentlich ziemlich verbrannt ist. Der macht gar nichts. Der macht gar nichts. Schade, ich muss auch mal sehen, wir gehen die Nachschrift. Ich schau das Video von MaviPen an. Ah, jetzt sind wir dann weiter und zum Land zurück. Da sind die andere ab zwei. Wo es nach dem Glasfenster rauskommt. Oh. Weiter geht. Der hier. Noch mal. Geil, Alter. So. Fahr. Ich glaub, ich fang mal an, auf der Hut zu schauen. Wegen den Beeping Angels. Was ist denn das jetzt? Noch eine Sucker-Service. Wir müssen ja noch weiter zurückhalten. Ja. Du fangst jetzt, ey. Du steuerst das doch. Ich weiß das mal, ey. Ja. Im Zeitpunkt weiß ich das. Ja. Waren das gerade die Glasfenster? Ja. Habst du das auch gehört? Oder was ist die Tür? Keine Ahnung. Also noch weiter zurück. Am Anfang bin ich rechts. Das ist dann da. Das verbaus jetzt, dass du zusammengezuckt bist. Ja. Da bin ich natürlich zusammengezuckt. Kaum. Berechtigterweise. Schau mal länger auf den Motor, ob jetzt die... Oh, das ist verkackt. Ja. Ob man jetzt die SCP-185-190 sieht, wie es im Change-Lock steht, machen wir Gasmaske weg. Meinst du, die schützt uns? Nee, aber... So sieht man besser. Nee, jetzt... Letztes Mal sind wir dann so voll schwach geworden, ne? Genau, einfach Hashtag bekommen. Du hast automatisch auf dem Motor irgendwie geguckt. Wenn da so ein bisschen im peripheren Siedfeld war, dann hast du automatisch zum Motor geguckt. So wie bei SCP-08. Das Notenblatt. Ist das gar nicht drin? Nee. Dass du quasi den Drang hast, da drauf zu schauen. Man interessiert, ob man, wenn man zu lange da drauf standen würde, ob man dann stirbt. Weißt du? Das Herz wird immer schneller. Ich glaub schon, ja. Dann kriegst du Panik und schaust halt an wieder weg, aber... Was war das denn? Ja. Das ist der einzige Weg, wo es wirklich weiter geht jetzt insgesamt. Dieses Geräusch. Wir hatten noch keinen SP-914, gell? Wir schauen mal auf den Gator. Rechts ist 914. Wo willst du denn besiezen? Guck mal einfach. Welche Überraschung. Das müssen wir wieder treffen, ne? Wenn er nicht so scheiße hinwirft, die Sache. Jetzt muss ich halt da hin stellen. Jetzt stell dich weiter, lauf weiter rein. Damit er halt nicht an dieselbe Stelle fällt. Was für ein Käse. Schmeißt du die Karte ins eine Quadrat und die andere ins andere. Schmeißt du die mal ab? So eins. Die ladet immer hier hinten. Das sollte man fixen. Dass man da mehr Sachen reinschmeißen kann. Ja. Das fand ich sinnlos. Dann tun wir jetzt mal was anderes. Vielleicht landen wir. Dass nicht mehrere Items übereinander liegen können. Ja, das geht doch nicht. Haben wir das jetzt drange ausgeführt. Okay. Ja, wir haben doch geschafft mehrere Sachen rein zu tun. Oder zwei oder drei aber nur. Ja, ich hoffe wir haben das mit der Karte. Das geht doch jetzt nicht eine Saving Episode, ne? Danach zehn Episoden kein Saving mehr. Du, das Spiel. Mach mir das, was ich sage. Oh man. Dann load ich jetzt nicht. Das dauert ja so. Das dauert ja so wahrscheinlich länger. Wenn ich die noch rein kriegen würde. Oh, oh, oh. Meins zählt. Ich probier's. Aber wir müssen eins zu eins erstmal machen. Die andere jetzt einfach drunter sind. Ah, jetzt schon. Aber eigentlich ist es blöd wie so ein Mastercard. Es tut nur Nerven. Weil im Endeffekt kannst du es wieder zurück transformieren und dann... Ja, das ist einfach. Wenn eine Ecke nur nicht auf der Fläche ist. Ja. Ob das jetzt geht? Ne. Na doch, wie ist denn da? Ja. Ja, jetzt hast du zwei. Wir haben beide müssen was auch da rein gekommen. Können wir shoppen gehen. Ha! Das schaut gut aus. 2, 1. Das ist doch. Da liegen sie zu Belanda. Super. Ja, was machen wir jetzt? Bringt nichts mehr. Ja, nochmal probieren. Nochmal 1 zu 1. Geht doch nicht. Natürlich geht das. Ja, aber würde wieder dasselbe passieren. Wieso? Verstehe ich nicht. Wieso soll dasselbe passieren? Ich denke, das ist irgendwie vorgehört. Ja. Das funktioniert ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Meinst du? Ja. Wir hatten doch schon mal, dass wir immer wieder mit derselben Karte der... Klar. Glaube was du willst. Fucking awesome. Jetzt? Du hast auch nicht geglaubt, dass der SCP in Anfahrt in dem Raum ist. Und du hast... das war reine Spekulation. Ja, ich sag's dir und du bist dann absolut nur weil ich's gesagt habe in eine andere Richtung. Nein, ich wollte alle drei Räume anschauen. Ah ja. Ich arbeite mich immer von links nach rechts. Ich weiche auch nicht von diesem Schema ab. Okay. Anstelle bin ich dann ein Video an, wo du's andersrum gemacht hast. Dann sag ich ja, du hast nur gespiegelt. Genau. Ja, das sind doch an der Anzeige da unten. Wenn die auf der richtigen Seite ist. Du bist doch gut und kannst das bearbeiten. Genau. Oh, das ist doch echt behindert. Das macht doch keinen Spaß. Das ist ja ganz so. Genau. Jetzt musst du doch nach unten schauen. Du weißt, dass irgendwann der SCP-106 auftaucht ist. Auf kurz oder lang. Wie geht das jetzt schon hier los? Kann ich da was für? Wir schneiden das dann. Das ist wirklich gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Ab hier geht's weiter. Gut, genau. Die 5 Sekunden schneiden wir raus. Ah, cool. So lang wie vorhin schon. Very. Das war der Ding, oder? Microsoft-10. Ja. Ich würde sagen, dass der Computer's Default Voice ist. Oh, yeah, Nigga. We got it. Der haben alle da. Gasmask. Die muss nur landen. Lande. Aha. Ich weiß nicht. Ja doch, der ist schon sinnvoll. Ich will schauen nach unten. Vielleicht bringt's echt was. Where are you? Die Scheiße. Was ist denn noch hier. Jeder? Wo ist dahin? Dram-dam-dam. Schön, nicht ganz gut. Jetzt geht's schneller. Ja, ist es schneller? Fühlt es sich schneller? Ja, ne? Du weißt noch die Placebo Stand ja nicht dabei, dass es easier to breathe ist Ne, stand nicht da Das ist sehr schade Das war echt sehr nützlich eigentlich Und die Pille kann man ja auch noch einmal nehmen Das war eigentlich Logisches, aber Davor war es irgendwie besser Ultimate, okay Got it Okay Okay Hier rechts, da gibt es sich geradeaus Das war zwar Entgang und was drin ist Da war dieses Notenbutton Der ist wieder 173 drin, oder? Wo bist du das? Kann man nichts machen drin Ja, da war nichts drin, aber Der Ding hat gesagt, die Maske Oder hat er den Virus gemeint? Oder meint er, wir sollen dann Ja, 12 Was ist das? Das ist 12 Ja 08 Und in Chainshlock stand ja 08 glaube ich Achja, und es stand übrigens in Chainshlock auch SCP-035 und SCP-148 Und nicht SCP-145 Wie einer bei uns in die Kommentare geschrieben hat Diesmal war es nicht drin Gottes O SCP-148 ist kein Telefon Na geht er raus Ich kann zwar Du kannst nachttere eingehen, wenn mir Compliance 35 gesehen hat Ja, warte. Los. Das sieht das Nackenblatt nicht besser aus. Ja, schwebt so. Los. Ja, da lang gehen. Oh, hast du gehört? Hier. Go on. Ich will die Scheiße immer noch nehmen. Fehler. Ja. Was machst du denn? Wo muss ich jetzt hin? Da lang. Ja. Please not. Oh, zack, hast du tatsächlich. Aber noch einen Gang kommt. Wir schauen jetzt los. Was hab ich gesagt? Voll Korall. Das ist meine Intuition. Mit 940. Alles okay. Also hier. Ich meine, hier war auch ein roter, oder? Ja, fuck it. Da müssen wir doch zurück. Richtig. Und dann links. Oder bei dem Notenblatt weiter. Oder ging's da? Ne, da sind wir. Da sind wir gerade weiter. Also nah. Genau. There we go. Das ist aber rechts jetzt. Nein, von vorhin. Machen wir mal Navigator. Wir sind doch ursprünglich von... Ja, von da bist du jetzt hergekommen. Von da gekommen. Ich glaub, du solltest umdrehen. Ne, warte. Du solltest umdrehen. Wir schauen, wo der blöde Neumscherz ist. Wieso? Der war rechts. Ja, da waren wir von. Ja. Ja. Also wir sind jetzt hier lang, richtig? Rechts lang. Da bist du gerade eben lang gegangen. Echt? Ja. Also geradeaus? Ja. Ich dachte vorhin, dass diese Notenblatt war geradeaus. Okay. Got it. Wir spannen hier mal ab. Setiert. So ein schönes Vorlegen. Einführen. Setieren. Und da. Super gut. Ah, das soll jetzt mal Musik gehen, ne? Was ist das schon? Ist das nicht die alte Musik von dem? Stand irgendwo. Da kann er zum Glück nicht auftauchen. Ne, New Background Musik in the pocket dimension. Das war's. Die muss ich von ihm erwischen lassen. Ja. Ja. Gut. Los, Veraufzug. Wir warten. Und dann? Dann versuche ich irgendwie dran vorbeizukommen. Das ist ein bisschen anders, ja? Ha! Ne, in der pocket dimension. Steht da im Change-Lock. Ne, in seinem Theme ist aber auch anders. Hat einer gemeint. Irgendwie. Steht da aber nix. Ja, im Kommentar meine ich ja. Ne, steht aber nicht im Change-Lock. Und jetzt bin ich so weit gelaufen, dass ich keine Ahnung, ob wohin bin. Laufst du durch den Zombie-Tunnel? Oder durch den Tunnel? Ja, das ist der Zombie-Tunnel. Ja, das ist der Zombie-Tunnel. Ja, das ist der Zombie-Tunnel. Vor allem wenn der in den Fernseck gehört kommt der andere. Schau halt mal auf und dann. Nass. Laufst du durch den durch, ja. Der andere Sackgasse. Da reingehen, wo kommen wir dann raus? Da... Rechts von dir ist ja die Tür. Ah ja, klar. Na gut, dann ist es ja ziemlich sinnvoll abzugehen. Und immer ausmacht. Und dem anderen ist eine Sackgasse. Jetzt kommen was Nutziges an. Kann aber auch ein roter Raum sein. Dann wäre es äscherlich. Erst mit dieses flatternde Geräusch. Und diese tiefe Bass. Auch bei der anderen Version auch schon. Ab und zu nicht jedes Mal. Also es war immer so ein dumpfes Grauen. Aber... Manchmal war es besonders tief. Was richtig schlimm wäre, wenn der ab sofort... immer aufsteht. Der Zombie und der Arzt immer kommt. Ja. Das wäre böse. Weil so kann man den langs Grund gehen. Da gehe ich schon rein. Keine Angst, ey. Here we go. Diese Räume sind so dunkel. Oder... Was? Wo bin ich angekommen? Wollen wir mal links? Ja, erst mal links. Das ist schon alles noch. Wollen wir mal da rein. Und du drehst dich einmal. Und dann... Das bringt ja nichts, wenn man da reingeht. Oder was das man... Ja, du kannst den Zombie releasen halt. Den Virus. Interessant, was passiert, wenn ein Angel Fox da ist. Und du den Virus releasest. Wenn du den Housemarz-Hut hast. Und der dann zum Zombie wird. Da ist irgendwas verpackt, oder? Ja, das war schon immer. So. Oh ja. Ich hoffe, der Save-Game ist jetzt nicht corrupted, weil ich während dem Event... Das war jetzt mal recht praktisch, wo er da aufgemacht hat. Ja. Also ein Taint Fox. Auch beim... 682. 682. Ich will nicht vergessen. 2. Ah, das ist voll verstörend irgendwie. Dieses Blitzen. Verstörend irgendwie. Ich find's dramatisch. Ja, aber auch verstörend. Und das ist komplett voller Blut. Soll ich ansonsten. Ja, vielleicht ist es von einer anderen Seite ja komplett voller Blut. Oh, da ist jetzt wieder geändert. Ja. Ich fack das nicht. Was hab ich mir jetzt? Ja, ich mach. Das ist in einem Block. Was du ja jetzt zuerst da drinnen anmachen musst. Schauen wir, das ist ja da. Ja, doch. Ja, da ist die Tür immer noch. Ach, die macht mein Federal. So. Und jetzt. Schauen wir mal auf den Navi. Hm. Geradeaus geht's wieder zurück, ne? Ja. Wie ist denn? ehrlich gesagt da müssen wir durch oder wir können kurz gucken was da kommt einen Raum weiter wäre es dann special in der Entrance ja war jetzt der Elektrik auch in der Entrance ja ist auch verstörend können wir wieder splitten heute bei dieser Länge dann machst du immer wieder gut lauf hast du gekocht? da war es in der Fußlage wir haben keinen 079 der war vielleicht da go eine bohrziegel waren wir auch nicht bis wir das andere entdeckt die Kriegerdampf ist immer durch oder? oh ne oh ne fuck das ist doch eine kleine Tasse die müssen wir jetzt da durch man ja aber warum? oh ja oh ja oh ja ja vielleicht ist ja jetzt weg ist das jetzt weg? das ist ja wirklich du sagst abfahrt dann du sagst abfahrt blablabla das ist weg das ist weg das ist weg man ich hoffe es sind oh my god ich komm nie weg ich komm nie weg ich komm nie weg nicht oder Wie soll ich das machen? Das kann man nicht schaffen. Doch, kann man. Soll ich ihn hochlocken und dann da rein? Ich meine, der kommt doch nicht hoch. Was sagst du? Das machen wir. Auf. Gut, das steht auch gut. So, jetzt. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ja, geradeaus durch. Da hinten, oder? Ja. Nicht da. Oh, da kommst du gerade durch. Oh. Nächste Scheißraum. So, wo ist jemand? Oh, das war richtig eklig, ey. Warte, ich schau hier hin. Ah, da müssen wir auch wieder unten lang, ne? Was unten lang? Hä? Naja, da war doch wieder so ein Serverraum, oder? Gerade eben. Da, wo ich durchgerannt bin. Ja. Ja, damit du da hinkommst. Ja, genau. Jetzt sitzt er. Ist da vielleicht was Neues, oder? Nein, da ist nichts Neues gekommen. Alles erkuppeln. Da lag immer irgendwas. Ja. Haben wir schon. Wir speichern immer, weil wir das Scheiße geschafft haben. Äh, ne, ist nicht so. Äh. Hast du auch gerade gehört? Vielleicht. Ja, hier. Brauchen wir zwar nicht. Kann man damit interagieren? Ne. Ja. Das ist lustiges Bild. Hä? Lauf doch weiter jetzt. Cafeteria. Da können wir ein paar Sachen mit dem Automaten ausprobieren. Safe. Jetzt haben wir da von Yokosunet eine Liste bekommen. Haha. Report all potential animals. Ja. Ja. Leider geht's rein. Geht's zum Automaten. Drück dich mal nicht weiter. Äh. Jo. Vorbei. What? Probier nochmal zum Automaten zu gehen. Ich hab mir hier ein paar Sachen ausprobieren können. Diese paranormale Anomalie hier können wir mal melden. Das sind wir gestorben. Ja, wo kam er denn denn jetzt her? Von hinten von. Aus der Tür wahrscheinlich. Der ist nicht da. Was ist denn das für ein... Oh, da ist der Cup. Bauen wir den? Ne. Der ist schon was drin. Ich bin von oben gekommen, Junge. Irgendwie er hüpft, ey. War da so ein Ventilation-Duct. Geht's da noch? Ja doch, gehen her. Und dann? Und dann? Und dann? Im nächsten Augen oder so. Dann bist du wieder zurück. Da haben wir her. Kommen wir da her? Ich weiß nicht. Das ist doch nicht. Ne, mach auch. Fack jetzt bitte schon. Äh. Doch. Blink. Soll ich wieder oben drin reinsperren? Klingt glaube ich jetzt nicht zu viel. Doch, wenn wir dann zwei Räume entziehen. Nein! Ah, verkackt. Ja! Alter! Du verdammter Lacker. Jetzt geh... Lass mich's lieber. Aber... Aber der kommt da durch, ne? Der kommt dann wieder. Der kommt dann wieder. Jetzt geht er runter jetzt. Ding nochmal. Ah, passt. Also, prepare aus. Something that will destroy SCP 682.